Egon, geh da weg. Wir öffnen das Mira-Winne von unten. Neck. Äh. Wurden. Normand. Egon, pass auf! Zwei Leute, zwei Leute! Pumpt die Twitch. Buck und Hibana sind in dem Raum. Ich weiß nicht, wie er heißt. Oh, Junge! Start it, you guys! Elad, you have the angle on there, you don't have to see. Hibana. So, what is down back? Where? Okay, alle drei. In the name. Buck ist links von dir. Ja, da ist ein Hallway, Digga. Ah, ne. War das ein Ace? Ey, ich will diese Runde absolut unterscheiden. Ich glaube, das war ein Ace. Ich hab halt so schlecht gespielt, aber es war trotzdem Ace. Nein. So, ladiga, ich will auch so eine Kacke. It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom, sunshine whenever you smile at... ... Who is that? Woah! I'm ready to go see, that is too good though.. Uhhh... What's wrong with me? Ich eröffne einen Small Tower. Tweet bei dir. How about. Tweet unten unten. Good job. Banner down. Kapitao ist im Hallway. Haben gebreached. Buck tot. Nice. Doc, geh mal weg. Kapitao down. Ja. Kapitao ist im Hallway. Ration Hall. Ja Kapitao down. Ach so, ja. Ich hab Breach. Ich halt von unten. Okay, ich hab nicht mal Breach. Der hat mich ausgetaucht. Ich halt von unten. Hallway. Hallway. Er pusht in. Er pusht. Hallway. Ich bin down. Nice. Head to the Hallway. Hallway toot. Nice. Wo war der? Breach drin. Breach. Bei dir zwei. Ah, er ist schon drin. Ja, hol den von hinten. Nice. Es brechen halt drei Leute auf einmal. Lass ihn doch spielen. Er weiß, was er tut. Ohne Scheiß jetzt. Ich hab ihm nur gesagt, er pusht uns. Aber ich hab da keiner gesehen, wohin er nimmt. Wenn ich sehe, dass er langsam tut. Ja, ich bin auf Blue. Blue tot. Hab den Carrier. Hab Sledge. Hab noch Eier. Hab Nomad. Wir sind gerade beide gleichzeitig rausgejumpft. Und beide mit dem Nomad-Trap. Und als ich geflogen bin, hab ich ihn in den Headshot gegeben. Ja, ich hab's gesehen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Warum würdest du meine Drone destroyen? Weil ich kann, Birch. 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 Ja. Mute. Birch. Unruh. Fynn quell. Werde? Wuh. Is da. Wuh. 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 Zertig. Wuh. Der ist in Stocks Einer ist immer noch Stocks bei Custom Einer ist oben Einer ist noch Customs Also die sind zu zweit da Das war allein Der andere Der hat eine Einer vielleicht Hedge Bist er Bug? Ja Twitch ist Lasst ihn oben Vorsicht Oh ne die ist schon hier Ok sie ist Stairs Oder? Nope Wrong call Nice Geil gespielt Jungs Haben wir gewonnen Ja Geil gespielt Jungs Und Nina Ja Ist schon der zweite Scanner oder? Ja Boah man Ich bin einfach bewegt Ich bin einfach bewegt Lein tot Blackbeard Hits Ich bin so ekelhaft Die hohe Ist so Vorsicht Die haben um Nomad irgendwas geschossen No No Nomad kommt hier Umfänger Breach nur die Zeit Ist er im Rollway No Nein Peek ihn nicht Peek ihn nicht Ich mach halt das auch Blackbeard Blackbeard dead Soll ich zu euch rotieren? Geht, die pushen bei uns gerade ein bisschen mehr als bei dir Der trifft, der trifft, der trifft Ja IQ Nice, IQ Dumme, ich direkt sprüge gerade auf Oh, Digga, Alter, Ash pusht wieder, Alter Ich fahre da aufs Windows Ist tot So, aber da ist noch einer Sledges, 2 HP So, da kommt jetzt auch noch die Stairs hoch, West Thank you Setzter wahrscheinlich West Nee Oh, nice Oh, oh boy Okay A little bratzi Bratz Alter Bay ist komplett clear, ne? Showers ist einer Und einer ist, äh, Storms Bandit Not intentional Nice, Airjab, der wollt rausspringen Oder der ist, äh, on entrance Der kommt on entrance von dieser Nice, Alter Wo? Planting Planting Occasion unknown Und der andere ist gedownt wegen einer Frosttrap plus Genau, hast du Footsteps irgendwo? Nö Keine Vizis Oh, Twitch ist so sexy, man Heilige Scheiße Die ist echt sexy, ne? Das ist ein hübscher Operator in hell Holt mal jemand genau den Cosmic Hallo Nice, Trades Allebei wahrscheinlich im Connector Äh Allebei dead Allebei dead, nice Wadi, beim Connector Nee, war 90 Shit Dann ist der andere, ja der andere ist Connector Nice Uff Ich dachte mir, irgendjemand habe ich Connector gehört Aber ich habe nicht gedacht, dass Rook ist Was ist denn 90? 90 ist, die 90 Grad Der ist Silver Weil der weiß, dass er sich nicht auf seine Teammates verlassen kann Uff So, jetzt müssen wir kurz Glück wünschen Viel Glück Viel Glück Viel Glück Ich hoffe, wenn du stirbst Nein Shit Geil Der ist Kitsch, sagst du? Jaja, der ist rechts Ich bin da Ich bin da Erre Schon wieder, schreitst du schon wieder so raus Oh, Digga I got you, my Oh, fuck, ich wollte den heal Pau No problemo, mate Was ist der dronet? Wie ist der dronet? Ja, der dronet Sie können das überhaupt nicht leisten, dass der dronet Ja Nice carry übrigens Noah No problemo Ich bin da